Welche Neigungen habt ihr, welche euch peinlich sind oder euch selbst Angst machen? Ich neige dazu, beim Kacken die Luft abzuhalten. Entweder kackst du extrem schnell oder du bist hobbymäßig Apne-Taucher. Ich bin Apne-Scheißer, dann muss ich mein Verbrechen nicht riechen. Neigung zur Prokrastination. Ich glaube, es reicht, wenn ich morgen darauf eingehe, warum das anstrengend ist. Danke. Werde ich mir mal nächste Woche durchlesen. Ich neige dazu, am Outer Leute zu beleidigen, die sich im Straßenverkehr dumm verhalten. Davon gibt's leider sehr viele. Ich hab das Talent, mich in fiktive Charaktere zu verknallen und dann Liebeskummer zu haben, weil der Charakter gar nicht existiert. Das ist schon etwas beinlich. Ich rappe unter der Dusche, beim Kochen, beim Putzen, in allen möglichen Situationen. Immer extrem schlecht. Überraschend oft beleidige ich mich dabei selber und nur wenn ich denke, dass ich alleine bin. Meine Frau hat mich dabei schon öfter erwischt und bestätigt, dass es sehr schlecht ist. Ich geh heute noch gerne auf Spielplätze und schaukel oder klettere da rum. Bloß blöd, dass man das nur abends kann, weil einem sonst die Eltern so blöd anschauen.